hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu einer weiteren kanalvorstellung und heute freue ich mich ganz besonders auch mal eine kanalvorstellung zu machen von einem freund mit dem ich auch viel zusammen zocke der in unserem team drin ist und ja ich bin mal gespannt und dann zeige ich euch doch mal was euch hier alles erwartet erster eindruck wenn man hier drauf kommt richtig geil neros spielstuhl hier oben schön als spartaner mit maus und keyboard sehr sehr geil hier oben haben wir noch nero schönes avatar drin geil 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 ja ich würde sagen dann gehen wir erstmal auf die kanal info und dann gehen wir alles schritt für schritt durch und da fangen wir doch mal an 54 abonnenten 3941 aufrufe beitritt am 16 8 2015 also noch nicht so lange dabei und ordentlich schon was los gefällt mir natürlich kann noch gerne gerne sehr sehr viel dazukommen dann die beschreibung hallo und herzlich willkommen auf mein kanal achtung 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 eine wichtige durchsage was man hier warten kann ist absoluter spiel spaß was wird gespielt alles was spaß macht warum ich das mache weil ich euch zeigen will wie toll die spiele sind und ich zocke einfach gerne habt viel spaß dabei und gibt mir gerne infos über spiele wo ich mal zocken soll link ist im banner zu finden details haben wir noch die e mail deutschland links spielvorschläge community facebook twitter deutsche let's plays yeah hört sich doch richtig gut an kann ich auch nur sagen sehr sehr geil dann schauen wir doch mal was er denn hier so schönes anzubieten hat da haben wir einmal in der playlist arg valhalla sehr sehr schön habe ich auch mit dabei dann homeworld deserts of karak ich hoffe ich spreche es richtig aus aber keine schon mal homeworld twain valley rocket league bench it let's play das ist doch gleich so ein minigame oder ich habe das auf jeden fall schon mal gesehen irgendwo wind of luck arena naja damit haben wir fast angefangen kann man sagen er hatte vorher noch ein bisschen was und dann gingen wir los in wind of luck arena german sehr sehr geil sehr sehr geiles spiel müsst euch unbedingt mal reinziehen hier mit der schiffe karibik rummetzeln kanonen aufrüsten machen wir auf jeden fall auch bald weiter ich freue mich riesig drauf ich hatte ja wie gesagt in letzten zeit internetprobleme er ist auch schon ganz heiß drauf weiter zu zocken werden wir auf jeden fall auch machen macht auf jeden fall richtig spaß vielleicht macht dynamo man wieder mit der war mama teilweise mal dabei als besuch und hat auch richtig spaß gemacht und wahrscheinlich ist es schon level 100 hat das höchste kriegsschiff was gibt wird mich nicht wundern ich glaube wir sind bei stöfe fünf oder vier gewesen ich weiß gar nicht mehr dann haben wir live is for the arl ist pausiert und fishing planet ist beendet ah ok fishing planet hört sich gut an ja ist auf jeden fall immer ordentlich was los hier jetzt gehen wir mal durch hier auf videos ihr seht schon vor einen tag vier tagen sechs tagen eine woche schöne thumbnails kann man schön hier sehen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und hier 1 2 3 4 5 und hier geht es ordentlich los ja das hat er was letztes gemacht homeworld sehr sehr schick und wie man sieht hier ordentlich bunt richtig schön sieht doch ganz super aus muss ich sagen gefällt mir oh ja wind of luck da freue ich mich auch schon wieder drauf ja ich würde dann sagen ich zeige am besten arg valhalla oder das ist so da bin ich jetzt vielleicht nicht direkt dabei weiß ich jetzt gar nicht weil wir haben alle ein bisschen unterschiedliche ablaufpläne weil ich halt auch nicht immer dabei sein konnte wegen mein internetproblem ich würde aber sagen arg ist einfach eines der geilsten games und das solltet ihr euch unbedingt reinziehen deswegen ich kann es nur empfehlen deswegen ich würde sagen klicke ich mal drauf ich lasse aber kurz ein bisschen laden dumm ist aus komisch ok und dann lasse ich nämlich hier auf 1080p ein bisschen laden ihr wisst ja mein holz modem brauche immer kurz ein paar sekunden aber es lädt schon die werbung kann ich leider nicht überspielen ja haben wir 15 aufrufe vielleicht schon hört sich doch richtig gut an wünsche allen viel spaß auf jeden fall werden wir haben dann gehen wir doch mal ganz kurz auf die video beschreibung ein dann kann das hier in ruhe laden veröffentlicht am 5.2.6 aqua harley's plays part crossover mit baywatch hört sich schon ganz gut an als mann oder frau gestrandet halbnackt frieren und hungernd auf einer geheimnis von insel musst du jagen sammeln anbauen und umstände unterstände bauen mein gott umstände ich habe wieder was lese ich wieder um zu überleben wahnsinn ja ich würde sagen naja die dinosaure jagen uns eher ne wir kennen das ja gut am später wird es ein bisschen leichter für uns aber am anfang wenn man gerade strandet ja mit den dinos ist nicht zu spaßen kann ich nur sagen ja hier sind dann die links noch wer alles mitspielt noxie gmasher gebiet der onkel weg den kennen wir doch alle den sergeant und ich bin auch dabei juhu dynamo mein asset und geiserig ja das sind die die noch keine kanäle haben aber immer mit dabei sind vielleicht wird es ja noch mal irgendwann was wer weiß ja nie so was haben wir denn uns erwarten mensch nur kurz genau oder gott so sagen wir auch manchmal gut da würde ich sagen ich mach mal hier spot up und dann schauen wir mal ein bisschen rein hier oder und let's go crossover mit baywatch halli hallo hallo ich mein lieben freund und herzlich willkommen zurück zu ja mal hallo und wir sehen hier eine wunderschöne grüneugige schönheit wie die bartnickse warte warte das warte das machen wir jetzt geht dann seinen arm ja ich bin der onkel und wieder mit am start ist der nero jo servus grüßes der noxie allöschen und der jannik ich bin eine katugenschwimmerin die ist ja alles in zeitlupe und darüber dazu und wenn du auf k drückst sind alle namen ausgeblendet sieht es bombastisch aus wenn ich auf k drückse ich außenansicht ja ja wo ich backspace drücken das kann ich für ein bestimmtes mal daheim bin ach das war schön ja wunderschön sehr schön schöner auftakt schöne junge frau arg mann 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 liebe freunde ich muss unbedingt wieder mitmachen das läuft ja gar nicht man muss da die arg begrüßung richtig hinhauen ja man sieht schon die vermissen mich da muss ich wieder mitmachen ja saugeile grafik super geil auch mit dir die gerade richtig lustige Szene erwischt mit dem baywatch ja man kann echt viel blödsinn machen man sieht schon die welt und die grafik ist wirklich geil kann man gar nichts anderes sagen super spiel kommt tausendmal am tag kommt irgendwie ein update raus bei dem game also leute ich kann es euch nur empfehlen schaut euch das unbedingt an hier entweder ich kann ja mal hier sagen entweder bei noxie nicht bei gamershake bei sachenmüller bei nero mit mir könnt ihr auch gucken aber schaut bei den anderen die haben bessere grafiken noch besser also auf episch ich bin jetzt leider nicht bei episch noch nicht ich habe noch einen alten laptop aber irgendwann vielleicht mal irgendwann aber es reicht ist auf jeden fall richtig geil ja und hier homeworld und habt auf jeden fall ordentlich was zu gucken gefällt mir da hat er noch hier vorne so ein kanal intro das könnt ihr euch dann auch noch mal genussvoll reinziehen ist auf jeden fall auch ganz cool mit dem regen was er plätschert und ein bisschen was auf was euch erwartet dann gehen wir mal über die übersichtsseite da haben wir dann alle videos sieht man schon was als letztes rauskam dann die beliebtesten videos sieht man schon hier wind of luck 665 aufrufe finde ich echt cool ist auch ein geiles spiel also wo verdient richtig cool schön dann haben wir eine playlist oder ja doch das sind dann direkt die ganzen playlists da könnt ihr dann direkt drauf zugreifen braucht ihr nicht erst auf playlists klicken könnt ihr direkt von hier drüber alle anschauen deswegen ich kann nur sagen arg liebe freunde lohnt sich klick drauf natürlich die anderen sachen auch aber arg muss ich sagen macht mir mittlerweile echt viel viel spaß oder am meisten mit keine frage ja und die letzten aktivitäten ihr seht schon schön aufgelistet hier geht es rund ja schön gefällt mir was haben wir denn so bei kanäle ja hier sind die die er abonniert hat und hier sind partnerseiten he he ich nochmal ich gehen wir scherke p unser onkel und der noxy sehr schön ja wir sind ein team auf jeden fall finde ich sehr cool also sich gegenseitig zu helfen so ist auf jeden fall immer eine ganz gute sache den link zu seinem kanal werde ich natürlich unten in die video beschreibung packen auch von unserer community kommt da gerne rein könnt ihr videos posten und auch er nero wird jetzt bald zu tgn kommen tgn ist ein netzwerk ein großes wenn ihr da fragen habt oder auch gerne dabei sein wollt schreibt mich an fragt mich ich kann euch da weiterhelfen gar keine frage ist auf jeden fall eine coole sache man unterstützt sich gegenseitig vielleicht ein bisschen man kann monetarisieren alles und ach da gibt es so viele coole vorteile und kann man gerne drüber sprechen fragt mich schreibt mich an gar kein problem ja und hier kann ich nur sagen liebe freunde klickt auf nero spielstube schaut euch die videos an unterstützt ihn mit abos gebt ihnen likes macht kommentare redet mit ihm sagt ihm was er spielen muss soll kann darf und bin ich auf jeden fall ganz cool wenn ihr das macht und wie gesagt wie das lohnt sich ist immer sehr unterhaltsam und ich denke mal das wichtigste hat er ja schon gesagt spaß und das haben wir auf jeden fall ja ich freue mich dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten kanalvorstellung euer rivano bis dann ciao yeah ja